Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt und herzlich Willkommen auch zur zweiten Folge von der Dorftransformation, denn das Ganze hat ja ein bisschen länger gedauert als erwartet und dementsprechend gibt es jetzt noch eine zweite Folge dafür. Ich habe ein bisschen was gemacht, ich habe hier ein bisschen das Haus angefangen, ich habe ein bisschen mehr Feld gemacht und ein paar Workstations noch platziert, aber nichts Großes im Endeffekt. Ich habe auch noch ein paar Tiere da hinten eingefangen, denn wir brauchen noch ein bisschen Wolle und ich habe da hinten eine Zuckerrohrform angefangen, aber ansonsten habe ich nichts gemacht. Und ja, heute werden wir auf jeden Fall die Häuser erstmal alle bauen. Das wird so das Erste, was wir machen. Ich werde euch ein Haus zeigen, wie ich es bauen möchte und dann werde ich die anderen einfach alle schnell umbauen. Dann machen wir den Marktplatz auf jeden Fall noch mit ein paar Marktständen und so weiter und wenn nicht Sinn kriege, sperre ich da auch ein paar Villager ein und dann da hinten sind natürlich auch noch Häuser, dann dekorieren wir hier ein bisschen, wir machen da vorne einen Stall, so einen Pferdestall mäßig, wir machen da einen Hühner, Gehege, irgendwie sowas, dann mache ich die Mine noch ein bisschen weiter, noch ein paar Wege und dann müssen wir uns überlegen, was wir da oben drauf machen, also da könnte man irgendwie, ja, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber wir werden damit jetzt erstmal anfangen und ich werde euch erstmal zeigen, wie ich denn ein Haus vorhabe zu bauen. Und zwar brauchten wir dafür auch noch Dark Oak, das war ja am Spawn tatsächlich, dass wir da direkt so einen Wald hatten und da habe ich jetzt ein paar Bäume gefällt und klar gemacht und die hier vorne angebaut, da vorne zum Beispiel, denn ich denke, davon werden wir noch ein paar brauchen. So, und ansonsten, ich überlege, gerade habe ich noch irgendwas cooles, krasses gebaut, ich glaube nicht. Ich habe ein bisschen gehandelt tatsächlich und wir haben schon einige richtig gute und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass man tatsächlich, wenn man mit Anglern handelt, also mit dem hier zum Beispiel, der möchte Strings haben und gibt einem dafür Emeralds und wir haben ja diese richtig krasse Stringfarm, also die beiden Cave Spawners, äh, Cave Spinnenspawner und da tausche ich jetzt die ganze Zeit Emeralds und das ist eigentlich eine völlig gute Idee. Ich werde, glaube ich, irgendwann so eine Trading Hall machen, also so eine Handelshalle quasi, wo ich dann ganz viele Fischermann einfach habe, wo ich mir dann mit den Strings aus der Farm einfach richtig viele Diamanten, äh, nicht Diamanten, sondern hier Emeralds holen kann. Weil die sind ja schon ziemlich praktisch und mit Emeralds kann man sich ja alles mögliche andere auch noch dann ertauschen. Das werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge machen, dass wir so ein bisschen den ganzen coolen Shit uns ertauschen. So, aber wir bauen jetzt erstmal hier ein Haus fertig und ich würde sagen, ich mache einfach dieses hier, weil ich das schon ein bisschen angefangen habe und das ist das Haus vom Kartografen. Da können wir uns auch demnächst eine, ähm, Ocean Explorer Map holen, also eine, die einen zum, ähm, oder zu einem Ozeantempel führt, das ist auch ziemlich cool. Als erstes machen wir hier nochmal Scheiben rein. So, zack, die habe ich jetzt mal so gemacht und ich habe das Ganze hier unten jetzt erstmal nur aus Cobblestone gemacht, allerdings würde ich das später dann auch ein bisschen, ähm, variieren mit Stein, mit Andesit und auch mit Stonebricks. Aber wir machen jetzt erstmal das Dach und dafür brauchen wir sonst, glaube ich nicht, ich nehme nochmal Dirt mit, dann können wir uns nämlich draußen hochbauen. Ähm, und das müsste dann aber auch erstmal reichen, so. Also erstmal machen wir die Dinger hier ein bisschen höher, die, ähm, Fehler an der Seite quasi. So, und der Plan ist jetzt, dass wir quasi mit dem, äh, mit dem dunklen Holz eine Umrandung machen. Aber ich würde sagen, dass ich noch einen höher gehen und dann geht das so. Ich muss mal kurz gucken, wie das von außen aussehen würde. Ich glaube, es geht, wenn ich jetzt auf dieser Ebene hier schon, nee, wobei, es geht gar nicht, weil da schon noch ein Schild ist. Okay, dann müssen wir das Ganze noch höher bauen. Okay, also, das bedeutet, wir machen hier oben alles noch einen höher. So, aber das wird man dann später quasi nicht sehen, weil da, also, hier wird man es sehen, aber auf dieser Seite hier sieht man das dann nicht, weil da dann die, ähm, die Stufen davor sind, so. So, also wir machen es jetzt so, dass wir quasi erstmal eine Umrandung machen mit den, mit den ganz dunklen Sachen. So, Leute, wir gehen hier einmal rum und dann hier, wenn wir an der Kante sind, gehen wir noch einen weiter. Das sieht nämlich ein bisschen besser aus. Das Gleiche machen wir hier auch nochmal einen weiter zu gehen. Und dann drehen wir hier einen Kopf über hin, stellen ihn wieder so hin, Kopf über, wieder so. Dann gehen wir mal auf die andere Seite und machen das hier auch wieder so. Oh, aber noch nicht so, sondern jetzt hier wieder ganz normal. Zack, und hier auch und dann drehen wir hier wieder um. Das hat dann für den coolen Effekt, das zeige ich euch dann, wenn wir unten wieder sind. Und wenn wir hier in der Mitte angekommen sind, machen wir das Ganze so, ähm, gerade quasi und stellen dann so rum noch eine Treppe dahin. Jetzt gehen wir hier wieder auf die andere Seite rüber. So, und dann machen wir hier den gleichen Spaß nochmal. So, und wir haben übrigens auch schon Eisengolem, also dem Dorf scheint es echt gut zu gehen hier. Ähm, wobei mir tatsächlich noch ein paar Wege aufgefallen sind, wie Villager ausbrechen konnten. Die habe ich aber, glaube ich, hoffentlich alle jetzt reveriert. Ähm, ja, das ist natürlich immer ein bisschen blöd so. Wenn wir das soweit gemacht haben, dann überlegen wir uns schon mal, auf welche Seite ein Schornstein kommen soll. Denn Schornsteine sind eigentlich immer richtig nice. Oder sehen zumindest, ne, gut aus. So, und alles, was wir dafür brauchen, sind erstmal ein paar verschiedene Steine. Und dann natürlich ein Lagerfeuer und auch Spruce-Trapdoors. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal auf diese Seite hier, oder? Ja, doch, ich denke, auf diese Seite können wir das machen. Ich mache es mal hier in diese Ecke. Und dann platzieren wir hier einfach ein paar Blöcke. So in etwa. Dann müsst ihr halt gucken. Hier auf dieser Ebene wäre das dann hier. Dann machen wir es hier noch ein höher. Stellen da ein Lagerfeuer drauf. Und ich brauche nochmal Treppen. Ich hoffe, ich komme an die... Ne, okay, ich komme nicht an die Workbench. Dann gehen wir einfach mal runter. So, dann treffen wir uns nochmal Treppen. Dann schneiden wir uns wieder dort und bauen uns nochmal hoch. So. Den dort machen wir später natürlich weg. Und es wird auch gerade Nacht. Aber ich glaube, so lange brauchen wir hier für eh nicht mehr. So. Aber es sieht, glaube ich, ein bisschen schäbig aus, oder? Ich muss mal kurz gucken, wie das aussieht, wenn ich das jetzt... Wow. Okay, super. So viel dazu. Ach nee, hier kann ich ja nichts hinbauen, weil sonst geht ja der Weg weg. Das wäre natürlich auch blöd. So. Weil wenn man die da drumherum macht, dann sieht das nämlich so aus, als wäre das halt irgendwie so der Schornstein, das Loch oben, wo halt der Rauch dann rauskommt. Und man sieht halt dann auch das Lagerfeuer nicht mehr. Und das ist natürlich super, wenn man das nicht mehr sieht. Man sieht da unten nur nach denen hier einmal wegmachen. Und ja, irgendwie, ich glaube, ich muss das... Ich könnte auch diese beiden hier wegmachen. Denn hier so zwei hinstellen. Ich glaube, so sieht das schon einigermaßen okay aus. Das ist nicht der Beste tatsächlich. Ich mache das nochmal ein bisschen anders. Ich mache mal da unter ein und dann hier zwei hin. Man sieht schon ein bisschen besser aus. Es ist nicht so ganz das, aber ist auch egal. Eigentlich, ich mache es meistens gerade. Einfach gerade nach oben und nicht so ein Versuch hier. Aber ich denke, für ein Haus können wir das mal lassen. So, dann machen wir nämlich den Rest hier einfach mit ganz normalen... Oder was heißt mit normalen? Mit den helleren Holzsorten voll. Beziehungsweise mit dem Fichtenholz in diesem Fall. So, und ganz oben werden wir dann... Also hier natürlich auch noch falsch rum die Treppen hin machen. Und das sieht man ja hier auch noch so ein bisschen. So. Und hier oben machen wir es dann so, dass wir da gleich einen Halbstein hin machen. Aber das machen wir ja eben, wie gesagt, gleich. So, den hier nochmal weg. Denn hier zack, 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 zack. Dann stellen wir uns die Halbsteine, die ich auch nicht mehr am Start habe. Auch nicht schlecht. Wieder richtig gut vorbereitet hier. Ich mache mir jetzt hier oben einfach mal eine Crafting Table. So, und dann machen wir halt die Halbsteine hier einfach einmal entlang. So. Dann können wir von innen... Ich mache mir mal schnell den dort nochmal weg. Zack. Dann können wir nämlich von innen hier auch nochmal den dort weg machen. Und der Typ schläft ja schon. Ja, ich will ihn eigentlich nicht so belästigen, aber... Was soll man machen? Und dann können wir nämlich das Ganze hier eigentlich nochmal vollbauen mit irgendwelchen Steinen, die wir benutzt haben. So, hier auch nochmal. Und hier könnte man von innen dann einfach ein... So ein Holzdachmäßiges... Konstrukt hinstellen. Dann machen wir oben einfach noch ganz normale Steine rein. Volle Steine, sage ich mal. Dann haben wir das Haus eigentlich schon mal soweit fertig. Hier oben könnte man jetzt natürlich noch ein paar andere coole Sachen hinbauen. Ich werde euch gleich mal zeigen, was ich damit meine. Aber erstmal gehe ich jetzt schnell schlafen. Ist mein Bett hier besetzt. Ja, Tatsache. Oh, er ist aber rausgegangen. Haha. Ja, weggegangen, Platz vergangen. So. Und mal gucken, wie das Ganze von hier hinten aussieht. Ich denke, das kann man so lassen mit dem Schornstein. Und wie gesagt, ich wollte es hier nicht so übertreiben mit irgendwelchen krassen Gebäuden oder sowas. Das ist ja im Endeffekt immer noch halt ein Dorf. So. Und ich glaube, ich mache das Ganze hier nochmal ein bisschen tiefer nach unten. Sieht, glaube ich, auch cool aus. Ich will es mal ausprobieren zumindest. So, wenn wir das Ganze nämlich so machen. Ich glaube, ich finde das so sogar besser. Ja, ich denke, so kann man es lassen. Auf der anderen Seite sieht das aber bestimmt, ja, das kann man so lassen. Auf jeden Fall. Man könnte sogar hier das Fenster noch ein höher bauen, wenn man lustig ist. Denn hier vielleicht auch. So, können wir uns ja gleich mal anschauen, ob das besser aussieht. Zack. Und jetzt könnte man halt da oben auch noch so Plätze machen für noch mehr Kissen oder sowas. So Lagerplätze, sage ich mal. So, könnte man dann einfach hier zum Beispiel solche Kombinationen machen zum Beispiel. Sieht eigentlich auch ganz witzig aus. Oder man macht so hängende Regale. Das könnte man auch machen. Dann kann ich ja mal hier versuchen. Und dann macht man hier einfach so. Und dann stellt man da oben noch irgendwas hin. Zum Beispiel hier, haben wir hier eine Crafting Table oder sowas. Ja, wobei es sieht ein bisschen doof aus, weil der sich halt verbindet mit den Zäunen. Aber man könnte da halt jetzt alles noch mögliche hin tun. Einfach damit das hier noch ein bisschen voller aussieht. Ähm, ja, ich denke, das reicht erstmal so. Jetzt gucken wir mal, ob die Bilder gut aussehen. Äh, die Bilder, sag ich schon, die Fenster. Sieht vielleicht tatsächlich ein bisschen zu groß aus, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das passt nicht so zu so einem Villagerdorf. Mach ich lieber wieder rückgängig. So, ja, perfekt. So, machen wir es auf jeden Fall rückgängig. Man könnte da natürlich jetzt irgendwelche Stufen reinstellen. Das würde natürlich noch ein bisschen besser aussehen. So, mache ich dann hier nochmal, aber andere Stufen. Zack. Dann da oben. Wobei das hier sogar fast, na, ich glaube, hier geht das sogar, weil das Ganze hier sowieso ein bisschen größer ist. Ich würde sagen, das lassen wir auch. Ähm, was ich dann noch gemacht habe, sind hier vorne so, ähm, wie nennt man sowas, so Blumenkästen halt. Wo man noch Blumen reinstellen kann. Da könnte man jetzt natürlich alle möglichen verschiedenen Blumenarten reinstellen, oder Gräser, oder was auch immer man hat. Aber ich habe halt leider nicht so viel, deswegen, ähm, ja, ich wollte es halt nur mehr erwähnen. Und was man jetzt natürlich auch noch machen könnte, ist hier einfach ein paar Blöcke auszutauschen. Das bedeutet, wir machen hier einfach mal welche weg und stellen dann hier einfach ganz normalen Stein und Stonebricks und andere Sieg rein. Und ihr seht schon, das sieht halt schon sehr viel besser aus, als einfach nur so eine Cobblestone-Mauer. Und das könnte, also das macht man jetzt halt einmal drumherum. Und dann freut man sich und hofft, dass es gut aussieht. So. Und ich würde sagen, das sieht schon mal sehr viel cooler aus, als vorher. Und hier oben möchte ich dann so ein Schild machen, was der Typ hier halt, also das ja zum Beispiel, warum auch immer, geht der Kartograf nämlich immer in dieses Haus rein, wahrscheinlich, weil hier sein Kartografie-Tisch steht. Aber so, das ist jetzt halt sein Haus und dann können wir da einfach so ein, so ein Schild hinmachen, dass er halt hier wohnt, so mehr oder weniger, dass man hier halt irgendeine Karte oder sowas da oben rein tut und dann weiß man halt, wer hier ist und mit wem man hier handeln kann. Das finde ich jetzt eigentlich auch eine ganz coole Idee. Und das werde ich dann halt später auch noch machen. Aber ich habe, wie gesagt, gerade ein bisschen Mangel an Emeralds, wobei wir halt, ne, die ganzen guten Trailer da haben, die halt Strings haben wollen, oder Fäden. Und mit denen kann man halt super gut handeln, weil ich halt, wie gesagt, diese krasse Farm habe. Und deswegen wird sich das auch irgendwann, denke ich mal, regeln mit den Emeralds. Und ich würde sagen, jetzt müssen wir natürlich diese Seite hier noch machen. So, aber sonst wäre das Haus soweit fertig. Und in diesem Ziel möchte ich halt die ganzen anderen Häuser auch bauen. Und die sind ja meistens alle relativ gleich aufgebaut. Ähm, na die, keine Ahnung. Also es müsste eigentlich relativ einfach sein. Das dauert natürlich nur ein bisschen, wenn man das Ganze hier dann noch austauscht. Aber ich denke, so sieht das auf jeden Fall ziemlich gut aus. Und ist natürlich schon ein krasses Update zu diesen ganz normalen Häusern. Also hier haben wir zum Beispiel mal das neue Transformator Haus zum Beispiel. Dann haben wir hier so ein altes. Und ich finde es halt ein bisschen doof, dass hier halt solche ganzen Blöcke halt verwendet wurden, und fürs Dach solche ganzen Holzstämme. Was ich auch noch cool finde, sind tatsächlich diese, ähm, diese Fensterläden. Ich glaube, die mache ich auch noch mal hier drumherum. Ähm, ja, ich weiß nicht, wieso. Ich finde die einfach cool. Und die können auch, denke ich mal, nicht schaden. So, ich glaube, hier mache ich aber nur auf einer Seite. Und hier mache ich die dann vielleicht oben hin. So. Ähm, ja, es sieht halt schon mal ein bisschen cooler aus. Und auch gerade von innen ist das halt schon mal ein krasses Upgrade, wenn man sich das hier so anguckt. Und wie viel Platz man hier theoretisch auch immer noch hätte. Also man könnte ja alles reinstellen. Ich glaube, ich stelle da auch noch mal eine Werkbank nach oben einfach. Dann könnte man da halt noch einen Blumentopf hinstellen oder irgendwas halt. Ähm, denke ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und so werde ich jetzt die ganzen anderen Häuser auch noch mal machen. Ähm, und dann werden wir uns als nächstes hier auf jeden Fall um die, um die Marktstände kümmern. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das hier machen will. Ich habe überlegt, hier dann Steine hinzumachen zum Beispiel. Und das ist dann halt so ein bisschen befestigter Marktplatz ist. Dass wir da dann halt drumherum so ein paar kleine Stände einfach machen. Dafür sind übrigens auch die ganzen Schafe hier. Weil wir ja ziemlich viel Wolle brauchen. Weil ich mache die Dächer dann meistens aus Wolle. Und halt auch aus bunter Wolle. Also dementsprechend brauchen wir ja viele verschiedene Farben. Je nachdem, ob es geht. Leider habe ich kein Grün. Wir haben auch keine Wüste gefunden. Ähm, ich denke mit Rot, Blau und Gelb und Weiß halt natürlich. Sollten wir damit auf jeden Fall klarkommen. Und ja, hier wie gesagt soll dann irgendwie so ein Hühnerstall hin oder sowas. Oder so Hühner zumindest. Und auf dieser Seite kommt dann so ein Pferdestall. Wo wir dann auch unsere Pferde reinstellen. Ich weiß gar nicht, wo mein eigenes Pferd ist. Das müsste ja irgendwo da oben eigentlich sein. Aber ich bin mir echt unsicher. Und hier wie gesagt. Also ich glaube, wenn wir die ganzen Häuser gemacht haben. Und den Marktplatz. Dann sieht das Ganze hier nochmal sehr, sehr anders aus. Und darauf freue ich mich. Und oha, was ist denn da jetzt los? Der Eisengulam hat sich verliebt und wollte seine Blume loswerden. Aber keiner hat die genommen oder was? Oh mein Gott, ist das traurig. Ist das traurig. Ah ja, der Arme. Habe ich genügend da doch. Okay. Das ist jetzt echt sad. Naja, erstmal ein paar Mal F in den Chat bitte. Mein Spaß. Also wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal die Häuser bauen. Denn halt die alten Häuser, die wir hier noch haben, so ein bisschen renovieren. Und dann werde ich mich wieder melden. Und wir schauen uns mal an, wie das Ganze dann aussieht. Also bis gleich. So, ich habe jetzt einen Großteil der Häuser fertig gebaut. Also ihr seht schon, das sieht schon mal um einiges besser aus. Ich habe allerdings... Oh lol, leck. Ich habe allerdings noch nicht alle Häuser fertig gebaut. Hier sind zum Beispiel immer noch zwei und da hinten das Haus habe ich auch noch nicht fertig gebaut. Ganz einfach, weil das hat halt ultra lange gedauert und irgendwie habe ich auch nicht mehr so viel Lust darauf, Häuser zu bauen, weil es halt im Endeffekt immer dasselbe ist. Was auch ziemlich krass ist, ist, dass hier immer wieder mehr Eisengolams bauen. Also ich habe jetzt hier irgendwie fünf Stück oder so rumlaufen. Ich wusste gar nicht, dass man so viele haben kann im Dorf. Aber gut, dem Dorf scheint es ja sehr gut zu gehen. Und was wir jetzt noch machen werden, ist erstmal die Renderdistanz ein bisschen runter, weil wir wollen ja 60 FPS behalten. Was wir jetzt machen werden, ist es, den Marktplatz mal ein bisschen weiter zu bauen. Ich habe den schon mal eben ein bisschen angefangen und überlegt, wie wir das Ganze machen könnten. Und ich bin dann zu diesem Design hier gekommen. Also wir machen hier so einzelne Marktstände hin quasi. Und hier können dann halt theoretisch Villager reingehen und dann hier an der Workstation arbeiten. Und dann bleiben sie aber hier drin, weil ich dann irgendwie schnell die Tür zumache. Und raus kommen sie dann hier nicht mehr und da können wir halt gucken, ob wir mit denen gut handeln können oder halt nicht. Dafür brauchen wir aber erstmal natürlich ein paar mehr Villager. Und außerdem brauchen wir noch ein bisschen mehr Marktstände. Ich habe jetzt hier noch einen. Dann soll hier noch einer hin und hier vorne sollen auch noch zwei hin. Dann haben wir insgesamt fünf Stück und ich denke, das würde reichen. So. Und ich mache den hier jetzt nochmal schnell fertig. Und dann zeige ich euch mal, wie man das Ganze macht. Ich glaube, ich mache den hier auch blau. So, zack, zack, zack. Schnell mal hoch. Und dann zeige ich euch mal, wie man einen kompletten baut. Weil der hier ist ja auch schon fast fertig eigentlich. So. Und dann mache ich die anderen beiden nämlich wieder off-screen. Weil die Aufnahme hier geht schon wieder ultra lange. Also es ist wieder... Es dauert halt wirklich lange, so ein Dorf zu transformieren. Das habe ich echt nicht erwartet. So. Aber wir machen jetzt hier erstmal weiter. Und was wir zuerst machen ist, wir platzieren erstmal diese Eckpfeiler. Und zwar haben wir dann immer eine Seite, wo nur zwei Blöcke zippeln. Zwischendrin frei sind. Oder eine, wo drei Blöcke zwischendrin frei haben. Und das tausche ich halt immer so ein bisschen. Also hier zum Beispiel habe ich den einmal so rum und einmal so rum. Einfach so ein bisschen Abwechslung. Ist, glaube ich, ganz cool. Und ja, hier machen wir es jetzt so, dass wir dann, da wo die drei Blöcke frei sind, machen wir in die Mitte nochmal jeweils einen soliden Block. Also einen ganz normalen Holzblock in diesem Fall. Und dann überlegen wir uns, wo der Eingang hin soll. Und ich würde sagen, wir machen den mal hier hin. Also hier soll der Eingang hin. Das bedeutet, wir nehmen hier in die Fenstür und stellen die da hin. Und überall, wo jetzt noch nichts ist, platzieren wir dann einfach umgedrehte Stufen rein. So. Wenn wir das gemacht haben, dann schnappen wir uns Zäune, die ich schon nicht mehr habe. Dann habe ich hier irgendwo eine Werkbank. Da hinten habe ich auf jeden Fall eine. Dann schnappen wir uns, wie gesagt, Zäune. Und Craven, die wenn ihr noch keine habt. So, wir brauchen gar nicht so viel. Ich mache mal auch, also ich brauche sowieso ein paar viel mehr. Also deswegen mache ich jetzt mal ein paar mehr so. Zack. Und dann schnappt ihr euch wieder ganz normale, ganz normale Stämme. Und platziert hier jeweils auf die Ecken die Zäune. Und obendrauf kommt dann jeweils nochmal einer von den Stämmen. So, zack. Und dann platziert ihr gegen jeden Stamm von jeder Seite noch, also von den beiden Seiten, die zumindest innen sind. Vom Marktstand ausgesehen, platziert ihr dann jeweils nochmal zwei von den Fenstüren. Und dann bleibt hier und hier was frei. Da kommen dann ganz normale Zäune nochmal hin. So, zack. Und was wir dann machen können, ist theoretisch schon mal einen Workstationblock hier rein. Aber ich habe gerade keinen. Aber das könnte man zumindest machen. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir bauen uns da erstmal rauf. Aber ich habe auch kein Dirt. Deswegen schnappen wir uns mal hier ganz normales Holz einfach. Zack, zack, zack. Und dann nehmen wir uns Halbsteine, die ich aber diesmal sogar habe. Krass. Und dann platzieren wir auf jeden Stamm schon mal einen davon. Und dann zwischen den beiden Stamm platzieren wir dann immer zwei Stück. So. Und dann platzieren wir gegen den Stamm, gegen nochmal jeweils einen davon. Das sieht dann ungefähr so aus. Und dann schnappen wir uns einmal Wolle und... Also einmal weiße Wolle und einmal die Wolle, die wir halt als bunte Wolle nehmen. Und dann schnappen wir uns auch noch Quarz. Oder Quarz-Halbsteine viel mehr. So. Dann bauen wir uns da nochmal rauf. Und dann platzieren wir hier erstmal vier ganz normale... Ähm... Na, wobei, habe ich da? Ne, ich habe da die Farben gemacht. Okay. Also ihr könntet theoretisch hier natürlich weiß hin platzieren. Aber ich mache in die Mitte jetzt diesmal weiß. Ähm, weil wir halt einfach ein bisschen bunter hier sein wollen. Und weiß kommt halt überall vor. Und dementsprechend haben wir sowieso am meisten weiß. Aber... Na, wir machen das erstmal so. Und dann platzieren wir hier jeweils nochmal die gelben Blöcke daneben. Und dann platzieren wir auf das weiß obendrauf nochmal Halbstein. Das sieht nämlich so aus, als wäre das dann so ein bisschen gewölbt quasi. Und theoretisch kommt jetzt auf das gelb hier noch gelber Teppich. Aber ich habe keinen gelben Teppich und auch keine gelbe Wolle mehr. Ähm, deswegen lasse ich das jetzt mal an dieser Stelle. Wobei wir können eigentlich mal gucken, ob die Schafe noch gelbe Wolle haben. Können wir das nämlich fertig machen. Ich war doch schon lange nicht mehr um die zu scheren. Ich habe übrigens auch noch ein paar Wege gebaut. Die dann allerdings nicht so hauptstraßenmäßig sind. Sondern mehr so Trampelpfade halt zu den einzelnen Häusern hin. Und die sind auch zwei Eisengolems, das ist echt krank. So, und dann bauen wir gleich auch noch hier den Stall und das Hühnergehege und so weiter. Das wird alles noch kommen. So, zack, zwei Stück, das reicht sogar perfekt. Anni, reicht es gar nicht, haha, shit. Ich stelle hier mal die Fackeln einfach alle hin, weil mein Winter auch wieder voll ist. Habe ich hier noch ein gelbes Schaf? Nö, ähm, das ist jetzt blöd. Na egal, dann nehmen wir erstmal die drei, das müsste erstmal reichen. So, da kann ich euch nämlich eine Seite schon mal zeigen und dann, ähm, ja, na, wird erstmal reichen. So, wir platzieren dann hier, wie gesagt, da oben hin die, ähm, die Teppiche. Dann sieht das Ganze so aus. Und das nächste, was wir jetzt noch tun, ist, wir schnappen uns einmal wieder Halbsteine. Platzieren hier jeweils die Halbsteine so, dass wir sie noch zum Bogen haben. Auf der anderen Seite auch nochmal. Sieht dann auch nochmal ein bisschen cooler aus. Und dann brauchen wir auch noch Schilder. Ich würde sagen, ich crafte hier einfach mal eine, ein Crafting Table. Weil wir müssen die Dinge hier sowieso noch ein bisschen mit Leben füllen, sage ich mal. Also bedeutet, hier müssen Workstation-Blöcke rein. Und ich denke, so eine Crafting Bench kann hier auch nicht, nicht schaden auf jeden Fall. So, dann brauchen wir noch Schilder, wie gesagt. Und zwar eine ganze Menge. So. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Wir können nochmal zählen. Und dann platzieren wir jetzt unten gegen die, ähm, gegen die Holzpfeiler nochmal jeweils zwei Schilder. Und dann platzieren wir oben gegen diese hier auch nochmal zwei. Und das auf der anderen Seite auch nochmal. Das bedeutet, wir brauchen auch nochmal drei Stück, wenn ich mich nicht gezählt habe. Nein, wir machen mal ein paar mehr, weil, wie gesagt, ich brauche sowieso noch welche. So. Und dann hier noch einer gegen. Hier noch einer gegen. Und da oben auch noch einer gegen. Und jetzt ist der eigentlich schon fertig. Was man jetzt natürlich noch machen muss, ist da einen Workstation-Block reinzustellen. Hier habe ich zum Beispiel so einen Lumen-Block reingestellt. Das haben wir hier vorne, einen Smoker. Und ich würde sagen, ich mache da nochmal so einen Fass rein, weil Fässer sind relativ einfach zu craften. So, und zwar, was muss man dafür nochmal tun? Wir brauchen Halbsteine. Und dann platzieren wir hier oben jeweils ganz normale Holzblöcke. Und dann, oder nicht, war das nicht so? Oder andersrum, kann auch sein. Ich gucke mal, ob es andersrum so war. Zack, zack. Ja, andersrum war es. Ja, so viel zu ist einfach zu craften, ne? Und dann stellt ihr das hier einfach irgendwie rein, zum Beispiel hier hin. Dann könnt ihr hier drin vielleicht nochmal so ein bisschen, so ein bisschen Weg machen. Und jetzt, wie gesagt, müssen wir theoretisch darauf warten, dass ein Villager hier reinläuft. Und dann machen wir einfach die Tür zu. Und ja, vielleicht sehen wir zufällig später nochmal ein, dass einer reingeht. Was ist das hier eigentlich für einer? Ein Batscher. Okay. Wir haben tatsächlich auch schon einige Villager, aber die meisten sind irgendwie Farmer geworden. Keine Ahnung. Und ich würde sagen, so ist das eigentlich ein ganz cooler Marktplatz. Und wir werden hier später natürlich noch ein bisschen Deko rein platzieren. Wobei wir damit schon mal anfangen. Und so möchte ich hier eine kleine Bank hinstellen, die insgesamt dann so drei Blöcke groß ist. Dann machen wir links und rechts einfach noch so ein Ding daneben. Und mit solchen Sachen werden wir dann hier später halt die Welt noch ein bisschen auffüllen. Beziehungsweise kann man hier dann zum Beispiel auch beim Feuer noch so ein paar Bänke platzieren. Zum Beispiel hier vielleicht drei Stück. Dann brauchen wir auch wieder Schilder. Und dann kann ich hier auch nochmal zwei hinstellen. Das ist eigentlich, denke ich, ganz cool, wenn man sowas halt überall mal so ein bisschen hat. Und dann könnte man hier vielleicht auch den Trampelpfad noch so ein bisschen in die Richtung machen. So, zack. Dann darf vielleicht noch einen hin. Und sowas kann man jetzt halt überall beim Marktplatz hier quasi auch noch machen. So ein paar Trampelpfade einfach. Und das, ach nee, das brauchen wir ja noch. Wir müssen da ja nochmal hin. So, wir haben ja noch keine gelbe Walle gehabt dafür. Und dann haben wir hier nämlich so den Weg, wo es halt hingehen soll. Und dann kann man hier in die Mitte noch irgendwie einen Brunnen stellen oder sowas. Hier machen wir dann auch nochmal ein bisschen Weg. So, zack. Damit man einfach so sieht, wo man so lang gehen kann und möchte, soll, was auch immer. Und dann mache ich hier auf jeden Fall gleich nochmal zwei davon. Hier haben wir auch wieder so ein bisschen Weg davon. Und ich würde sagen, ansonsten dekorieren wir jetzt mal ein bisschen. Denn wir haben hier schon einige Sachen noch, die wir zum dekorieren benutzen können. So, ähm, die Dinge wollen wir auch haben. Und ich denke, das reicht auch erstmal. So, Kürbisse auch noch. Und dann können wir nämlich hier zum Beispiel beim Marktplatz, das ist natürlich logisch, dass da viele Waren sind. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einfach irgendwo Kürbisse hin. Man könnte die hier zum Beispiel in die Mitte stellen. Sieht dann so aus wie Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Oh, boah, boah. Ähm. Ja, einfach so ein bisschen die Gegend so ein bisschen aufpeppen einfach. Was haben wir denn noch? Wir können auch Melonen craften. Habe ich hier, ja, hier vorne habe ich ein Crafting-Table. So, Melonen haben wir auch ziemlich viele. Und die können wir dann hier auch hinstellen. Oder vielleicht irgendwo anders vielleicht. Ähm, man könnte hier zum Beispiel Melonen hinstellen. Dann ist hier vielleicht so ein Melonen-Händler einfach, der dann seine Melonen loswerden will. Ähm, könnte man noch welche hintun. Man sollte natürlich auch nicht alle so auf eine Stelle spammen. Das sieht vielleicht auch ein bisschen komisch aus. Aber hier oben könnte man zum Beispiel auch noch welche hinstellen. Denn ist das hier vielleicht auch gleichzeitig noch so ein Melonen-Liebhaber. Der Typ, der hier die Karten macht. Mag Melonen. Und ja, jetzt habe ich noch zwei. Wo können wir die mal hinstellen? Vielleicht einfach zum Dorf-Eingang oder sowas. Oder hier auf die andere Seite davon. Das können wir auch machen, so. Dann haben wir noch Lillipads. Oder Seerosen. Die kommen natürlich in den See. So, und zwar so ein bisschen an die Seite, würde ich sagen. Den habe ich übrigens auch gebaut. Also wir haben jetzt hier ganz viele verschiedene Blöcke drin. Sieht eigentlich auch immer ziemlich nice aus. Wenn man das so macht. Und was man auch noch machen kann, wenn ich... Ja, ich habe Knochenmehl. Zack. Dann kann man hier unten nämlich auch noch ein paar Seegräser einfach hinpflanzen. Sieht natürlich auch richtig geil aus dann. Und ist ja auch ein stehendes Gewässer dementsprechend. Sollte das passen, so von der Logik her. Und ihr seht schon, wie krass jetzt der einfach schon viel besser aussieht, wie halt davor. Und das, obwohl man halt eigentlich theoretisch nur ein paar Blöcke ausgetauscht hat. Ein paar Seerosen und Seegras. Und halt ein paar, ähm... Na, wie heißt denn die Dinger? Zuckerbrot drumherum hat. Ich muss jetzt mal gucken, ob hier in meinem Bettchen noch niemand liegt. Können wir nämlich auch nochmal schnell schlafen gehen. So. Und dann wieder weiter geht's. Vielleicht muss ich tatsächlich noch einen dritten Teil von der Transformation machen, weil es dauert halt so lange, das hier alles zu machen. Das ist der Wahnsinn. Und ich würde sagen, wir platzieren hier nochmal ein paar von den Bäumen, weil irgendwie denke ich, dass es hier auch nicht schaden könnte, wenn man ganz normale Bäume hier noch stehen hat. Weil nur die Fichte ist vielleicht ein bisschen langweilig. Dementsprechend würde ich sagen, könnte man hier vielleicht einen normalen Baum hinstellen. So. Den lassen wir jetzt mal wachsen. Die wachsen ja auch meistens eigentlich überall. Außer hier natürlich. Wahrscheinlich ist das Dach einfach zu dicht an dem dran. Ja, okay. Der sieht aber gut aus, tatsächlich. Der ist gut geworden. So, dann können wir hier vielleicht noch einen hinstellen. Ja, hier denke ich, sollte einen aber nur. Obala. So. Aber ich denke, dass wir das Ganze hier nochmal ein bisschen abrunden und ein bisschen vielfältiger halt einfach machen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, denke ich mal. Und hier vorne müsste natürlich auch noch einer hin. Ich würde sagen, wir platzieren den auch hier an die Ecke. Zack. Ja, das sieht natürlich auch nice aus. Dann haben wir noch zwei Stück. Das sollen wir vielleicht mehr ein bisschen an die andere Seite stellen. Weil wenn alles auf einem Fleck sind, sieht das natürlich dann auch wieder komisch aus irgendwie. Man könnte hier oben vielleicht irgendwann hinstellen. Vielleicht hier an die Seite. Da oben einen hin vielleicht. Wir werden auf jeden Fall noch mehr holen, denke ich. Allein, dass hier auch drei von den Dingsbums hier einfach sind. Drei Eisenkollämms einfach hier oben. Wir müssen auf jeden Fall auch noch eine Eisenkollämmfarm bauen übrigens. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Obwohl das eigentlich auf der Liste, was man machen sollte, relativ weit oben steht. So. Dann haben wir noch einen ganzen Haufen Blumen und einen ganzen Haufen Bohnenmehl. Und ich würde sagen, die Blumen verteile ich jetzt erstmal. Wobei, das könnte man mit Bohnenmehl eigentlich machen. So. Und dann verteile ich hier noch ein paar Blümchen drauf. Wir haben ja überall diese Blumenkästen. Und die kann man natürlich dann auch perfekt für sowas benutzen. Und hier vorne haben wir jetzt keine. Da stelle ich dann einfach so welche hin und mache hier noch ein bisschen Wiese hin. Und ich denke, das sieht ganz cool aus. Und hier hinten könnte man natürlich auch wieder irgendein Lager hinbauen. So ein kleines. Das ist ja auf jeden Fall auch cool. Denn hier oben kommt natürlich auch noch ein Platz. Oh, wir haben noch so viel zu tun. Ich wollte das eigentlich heute fertig kriegen. Das ist echt der Wahnsinn hier. Also ich mache hier nochmal ein bisschen Gebüsch hin. Und natürlich hier dann eher weniger Gebüsch. Weil hier ist ja mehr oder weniger viel los. Oder soll zumindest so, nach der Logik. So, dann hier auch nochmal ein bisschen was. Überall da, wo halt nicht so viel los sein soll, kann man halt so Gebüsch hinmachen. So, finde ich zumindest. So, haben wir hier noch Blumenkästen irgendwo. Hier haben wir noch einen. Wo mache ich denn so ein Gras hin? Dann hier noch ein bisschen was. Zack. Die Sonnenblumen. Welche Richtung gucken die? In die andere, okay. Dann müssen wir die irgendwo hier hinstellen, damit sie halt auch die Leute angucken. Also es ist immer ein bisschen komisch, wenn man einen Sonnenblumen platziert und die schauen nicht in die Richtung quasi. Und ich würde sagen, so kann man das machen. Denn natürlich hier auch noch wieder ein bisschen Unkraut, ein bisschen Gras und so weiter. Das sieht eigentlich immer ganz nice aus. So. Und hier hinten kann man dann auch wieder irgendwas cooles hinstellen. Hier muss eigentlich noch ein Dirtblock hin. Das sieht sonst ein bisschen komisch aus, aber ich habe keinen Dirtblock, okay. Ähm, wo sind die Fackeln da? Ich stehe hier wieder einen Fackel hin und lasse das erstmal. Dann könnte man hier dran vielleicht noch ein paar Gebüsche machen. Das sieht eigentlich echt cool aus. So, und hier natürlich auch. Und hier vielleicht. So, haben wir noch mehr Blumenkästen. Ich hätte schon werden können, ich habe so viele Blumenkästen gebaut und jetzt finde ich einfach keinen davon. Ist auch ein bisschen merkwürdig, aber gut. Dann stellen wir die Blumen einfach hier an die Ecke vielleicht. Zack, zack, zack. Dann hier vielleicht noch einen hin. Und dann hier natürlich auch wieder ein bisschen mehr Gräser. Wobei die vielleicht ein bisschen zu hoch sind, dafür, dass sie so dicht am Weg sind. So, dann haben wir noch eine blaue Blume. Die kann man vielleicht hier irgendwo hinstellen. Ähm, vielleicht auch eine einfach. Dann haben wir noch irgendwas cooles, was wir hier benutzen könnten. Mh, bub, bub, bub. Wir können erstmal gucken, ob das Schaf noch ein paar, noch ein bisschen mehr Wolle abzugeben hat. So, und dann würde ich sagen, bauen wir hier auf jeden Fall noch den Stall. Der wird auf jeden Fall noch kommen. Und eine Wolle brauchen wir eigentlich nur, haben jetzt zwei bekommen, auch nicht schlecht. So. Und dann bauen wir hier den Stall noch. Und dann mache ich, ja, wobei ich mache erstmal, ähm, die, die beiden Marktplätze hier noch fertig. Die beiden Markt, äh, Stände. Und dann würde ich sagen, machen wir danach nochmal den, ähm, den großen Stall. Und vielleicht auch den Hühnerstall tatsächlich noch. Weil ich habe hier, glaube ich, auch ein paar Eier mitgenommen. Okay, habe ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall noch ein paar Eier zu vergeben. Klingt überhaupt nicht komisch oder so. Aber auf jeden Fall bauen wir den Eierstall, äh, den, den, ach, ist auch egal. Den Hühnerstall bauen wir noch. Und, aber ich mache jetzt erstmal die beiden hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja nicht die beiden fertig ab. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt die letzten beiden Stände fertig gemacht. Und natürlich passt du dem Melonen natürlich ein. Oh, das glaube ich. Scheiße. So, ich habe die letzten beiden Stände jetzt fertig gemacht. Und was mir auch gelungen ist, ist tatsächlich hier schon mal einen Typen einzusperren. Das ist jetzt hier so ein Fischermann, der hier natürlich gut Strings tauscht. Und das ist natürlich auch eine von den Sachen, die wir auf jeden Fall wollten. Weil wir haben ja viel zu viele Fäden und dementsprechend können wir die gut traden. Und jetzt bauen wir allerdings hier mal den Stall hin. Und ich würde sagen, wir fangen den relativ dicht am Haus an. Und zwar vielleicht hier schon? Oder ist das zu dicht? Eigentlich könnte man das schon machen. Ich werde den ein bisschen höher bauen vielleicht als das Haus. Wobei ich glaube, das wird doch ein bisschen zu dicht. Machen wir mal zwei Blöcke. So, dann lassen wir hier zwei Blöcke frei. Da kommt dann das erste Dingsbums hin. Denn, ich weiß noch nicht genau. Wir können, oder? Also ich würde es halt so machen, dass hier quasi eine Kabine ist für so ein Pferd. Und daneben soll noch eine sein. Aber hier dazwischen soll man auch reingehen können. Das bedeutet, vielleicht machen wir einfach das Gege da vorne auch ein bisschen kleiner. Dann hole ich den hier aber nochmal ein oder zwei Blöcke nach vorne. Gleich mache es so. Dann machen wir hier zwei Blöcke. Dann machen wir hier drei Blöcke. Dann hier wieder zwei. Und dann hier nochmal zwei. Das müsste eigentlich passen. So, das bedeutet, bis dahin müssen wir dann bauen. Dann müssen wir jetzt erstmal irgendwie die Tierchen da. Und, oh, der ist ja ziemlich smart. Merkt er das nicht? Okay, ich will jetzt nur mal kurz zugucken, was hier passiert. Ob der, bevor er stirbt, da rausgeht. Alter. Also smart sind die hier alle nicht so. Auch die Villager, die verlaufen sich so oft. Und das ist alles ganz schön komisch hier. Ich hole jetzt erstmal ein bisschen Dirt. Dann können wir das mal eben schnell machen. Hier ist noch so einer von denen. Ich habe übrigens die Wege hier raus noch ein bisschen dummheitssicherer gemacht. Jetzt kommen da nämlich auf jeden Fall keine Villager mehr raus. Weil vorher sind die immer noch irgendwie als Babys da durchgekommen oder sowas. Und dann, naja, keine Ahnung. Also smart sind die hier, wie gesagt, echt alle nicht so. Aber ich glaube, es kommt noch ein bisschen von mir, weil ich auch noch nicht so smart bin. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall genug Dirt. Vielleicht wünsche ich mir doch noch ein bisschen was. Hier soll sowieso der Weg noch ein bisschen gerader werden. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, dass wir hier den Dirt wegholen. So. Und dann hüpfen wir mal wieder rein hier. Zack, zack, zack. Und ich würde sonst sagen, ich mache tatsächlich nur noch dieses Video zur Transformation. Und werde sonst in den nächsten Folgen noch immer so ein bisschen hier dran arbeiten. Aber ich will nicht echt drei Folgen dafür. Ich weiß, das ist mir alles zu viel. So. Und jetzt geht das Ganze hier noch ein bisschen weiter nach da. Das bedeutet, wir müssen erstmal die Tierchen hier weglocken eigentlich. Ich habe sogar Weizen dabei. Können wir die mal alle in eine Ecke locken. Dann können wir hier nämlich ganz in Ruhe weiterbauen. Wir können die auch eigentlich mal paaren. So. Kommen alle mit hier. Alle hier in die Ecke geht es noch weiter. Jawohl. So. Dann sind die nämlich erstmal hier ein bisschen beschäftigt. Zack, 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 zack. Und ja, okay. Die Schweine sind natürlich immer noch im Weg. Weil die sich von sowas ja nicht anlocken lassen. Und ach, das Schwein ist so dumm. Aber okay, die anderen Schweine sind alle raus. Denn, ja, das eine Schwein hier muss dann wohl dran glauben. Tut mir leid, aber du bist leider voll im Weg. Und das kann ich leider nicht dulden. Aber wir haben ja noch genug Schweine, um die zu vermehren. Von daher sollte das passen. So. Und dann mache ich hier erstmal überall eine Dirt-Schicht hin. Zack, zack, zack. Und das Ganze geht dann hier noch ein weiter, genau. Also bis hier hin. Ach ne, kann ich noch einen weiter sogar. So, zack. Und dann mache ich jetzt erstmal hier ein bisschen, ähm, ich glaube ich mache erstmal hier die Gehege fertig. Und so würde ich sagen, machen wir hier welche hin. So, dann machen wir hier ein hin. Dann machen wir zwei Türen. Dann wieder einen. Und dann auf der Rückseite kann jetzt hier wieder, voilà. Ähm, hier auf der Rückseite kann jetzt wieder halt irgendwie eine Säule kommen oder sowas. Würde ich sagen. Dann machen wir das hier so. Oder soll ich das noch ein weiter nach hinten machen? Hm. Vielleicht mache ich es noch ein weiter nach hinten, weil dann ist es von dieser Seite hier symmetrisch. So, weil dann können wir nämlich hier so machen. Hier wieder einen hin und dann den hier nach da. Das müsste eigentlich auch passen. Wobei ich glaube, ich mache dann hier so, zack, den nach da und den nach da. Das gleiche. Also ich mache jetzt erstmal, glaube ich, eine Seite fertig und dann spiegeln wir es einfach nur noch. Was ja langweilig, wenn ich jetzt hier alles doppelt mache. Dementsprechend, zack, zack, zack. Hier kommt was hin. Das lassen wir jetzt erstmal so weit unten. Und den hier machen wir, glaube ich, insgesamt ein bisschen höher. Also ich mache mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Den hier dann auch. Und den hier vielleicht. Ja, mache ich auch, glaube ich, 5 Blöcke einfach. 3, 4, 5. So, zack, den hier auch. Und dann kommen hier halt Fenster rein. Dafür, äh, für die Fenster nehme ich jetzt hier einfach mal ähm, Fences. Mache ich mal 2 hoch. Das müsste eigentlich passen. So. Haben wir noch Dirt? Ja, haben wir. Dann können wir nämlich hier gleich nochmal so eine so eine Leiter quasi nach oben bauen. Damit wir hier auch in Ruhe bauen können. So, und ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch so eine zweite Etage. Da machen wir so einen Heuboden hin. Ähm, vielleicht tatsächlich auch mit Kran. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Aber erstmal mache ich jetzt hier nochmal ganz normale Blöcke hin. So, den hier wieder weg. Zack. Dann machen wir hier oben nämlich eine Schicht. Erstmal so. Und dann machen wir hier auf dieser Seite oder auf dieser Länge nochmal eben also hier kommt dann der Boden hin für den Heuboden quasi im Endeffekt. Das bedeutet, den hier auch nochmal weg. Ich hoffe, mein Holz reicht. So viel habe ich gar nicht. Vielleicht muss ich gleich nochmal Holzfarben davor. Bevor wir das hier fertig kriegen. Dann würde ich sagen, machen wir nämlich oben einfach hier mal so eine so einen Balken rüber. Und da machen wir dann Halbsteine rein. Dann habe ich auch eigentlich genug. So. Zack, 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 zack. Ja, vielleicht muss ich echt nochmal fahren gehen. So. Und das würden wir dann hier halt auch machen. So. Und dann machen wir hier aber dann genau in der Mitte eine Leiter nach oben. Das bedeutet hier. So. Ich mache mal so. Hier geht dann eine Leiter nach oben. Damit wir auch auf den Heuboden rauf können. Und die muss dann ja mindestens zwei Blöcke noch hoch sein, damit wir hier auch tatsächlich aussteigen können. Oder aussteigen, halt hochgehen quasi. So, dann hier wieder neben ein. Und dann hier wieder den hier. Zack. Und dann machen wir hier einfach wieder, wie wir es hier auch gemacht haben. So. Hier nochmal ein paar. Oben wieder diese hier. Und dann machen wir wieder zwei. Zwei hier rein. Ich überlege gerade, ich glaube, ich mache den hier doch zu einem normalen Zorn, weil sonst können die Viecher da glaube ich rausspringen. So. Und mir fällt gerade auf, der hier muss ja dann auch gar nicht so groß sein. Habe ich ja hier falsch gemacht. Zack. Dann hier, wie gesagt, ein, zwei, drei. Und dann geht es hier rein. So. Habe ich noch Türchen? Ja, zwei sogar noch. Perfekt. Das hat ja perfekt gepasst mit den Türen zumindest. Ich glaube, ich muss jetzt mal kurz pennen gehen. So. Es ist jetzt wieder morgens. Und ich würde sagen, wir müssen uns jetzt echt mal überlegen, wie wir das hier oben machen. Also so hoch muss es sein. Und dann würde ich sagen, machen wir darauf das Dach. So. Dann machen wir nämlich hier wieder Balken und Balken. Und da oben drauf kommt jetzt die erste Schicht. Nee, gar nicht wahr. Ja, die hier müssen nochmal weg, glaube ich. So, die Aufnahmestörung kicken wieder. Nee, also wir machen jetzt hier erstmal so auf dieser Höhe. Und ich mache die doch weg. Das sieht sonst einfach komisch aus. Ach nee, die müssen ja, die müssen auf dieser Höhe sein. Auf dieser Höhe müssen die sein. Zack, zack. Dann kann ich die doch da lassen. Und da machen wir dann später nämlich... Das ist alles ein bisschen... Ich hätte mir das mal vorher überlegen sollen, wie ich das bauen möchte. So. Auf jeden Fall kommt dann hier die erste Schicht so rum. Jetzt brauche ich noch ein paar... ...ein paar mehr Dingsbombs. Halbsteine. Zack. Oh, wir hatten sogar eine Workbench dabei. Na, okay. Also hier oben können wir dann halt, wie gesagt, alles mögliche hin tun. Kisten können hier auch, meinetwegen. Und dann mache ich mir jetzt nochmal ein paar Halbsteine. So, und ich glaube, ich lasse hier dann mal offen, damit wir hier dann immer hochgehen können. Dann geht das nämlich hier so weiter. Und jetzt ist die Frage, machen wir außen wieder so einen Raum aus dunklen? Ich würde es schon sagen, weil das passt dann einfach besser. So ist hier gerade... Wie kommt denn der hier hin? Na gut, ich glaube, der ist jetzt gerade in das Gehege reingefallen. Schlauer Mann auf jeden Fall. Ich wusste gar nicht, dass die Leitern hochklettern können. Also das ist mir echt... Da muss man ja echt drauf aufpassen. So, und ich würde sagen, hier gehen wir nämlich noch einen weiter. So. Und hier können wir den hier nämlich doch austauschen. Na, wo? Na, nee, kann ich nicht eigentlich. Ich lasse den so. Und dann hier geht es noch einen weiter, aber das hier wird dann komplett schwarz. Also hier wird es dann dunkel. Zack, zack, zack. Den hier dann wieder... Dann können wir... Ja, genau. Genau, so wollte ich den nicht haben. Dann können wir jetzt halt so einmal bis zur anderen Seite rumgehen. So. Dann hatte ich daneben eine... Nee, hatte ich gar nicht. So, und dann können wir hier nämlich wieder schware... Nee, kann ich auch. Das muss ja noch weiter. Ich habe nur noch nicht weiter gebaut. Aber so soll es dann auf jeden Fall im Endeffekt aussehen. Dann können wir hier vielleicht so eine doppelte Schicht davon machen. Das ist nämlich einfacher zu bauen. So. Und dann machen wir das Ganze bis hier vorne. So, also noch einen weiter und dann hier rüber wieder. Und da müssten wir jetzt halt noch mehr Stämmel für haben, denke ich. So, okay. Reicht halt theoretisch für eine Seite zumindest. Und hier machen wir dann einfach wieder die dagegen. Denn das auf der ganzen Länge einmal nach rechts. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt einmal. Also ich fahre mir jetzt und baue das Dach soweit fertig. Und spiegel das. Und dann können wir hier noch ein bisschen dekorieren. Und machen dann noch die Hühner. So, ich habe das Ganze jetzt fertig. Und warum auch immer sind hier einfach drei von den Eisengolems. Das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Aber ich habe auch diese mittleren Dinger hier. Nochmal mit richtigen Baumstämmen ausgetauscht. Und ich finde, das sieht ein bisschen besser aus. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier ein bisschen dekorieren. Pferde rein. Ein bisschen Heu vielleicht auf den Dachbunnen hier und so weiter. Aber ich habe sogar, glaube ich. Ja, ich habe hier sogar noch ein paar Blätter. Die können wir hier eigentlich auch mal hinstellen. Einfach nur so als Deko. Das sieht dann aus, als wäre das hier, weiß ich nicht, Gras oder Heu oder sowas. Keine Ahnung. Mal gucken, wie das von unten aussieht. So. Sieht eigentlich ziemlich nice aus. Und wie gesagt, so diese Kleinigkeiten, die werde ich jetzt hier in jeder Folge nochmal so ein bisschen ändern. Aber ich habe halt, also ich weiß nicht, ich glaube noch eine dritte Folge wäre halt ein bisschen zu viel. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal schnell gleich die Hühnerkäfige. Aber die Aufnahme geht schon über vier Stunden. Das müsst ihr euch mal geben. Vier Stunden. Also es ist halt sehr zeitaufwendig. Obwohl ich halt rein theoretisch relativ gut baue. Also ich mache halt die ganze Zeit irgendwas Produktives. Das theoretisch bin ich ja nicht so, als würde ich hier irgendwas machen, was halt gar keinen Sinn macht. So, aber keine Ahnung, dauert halt einfach lange, schätze ich. Und ich würde sagen, hier vorne machen wir dann so ein bisschen Hühnerzeug hin. Das mache ich jetzt nur mal ganz schnell und ich zeige euch mal, wie man das macht. So einfach Kiste, zwei Trichter ran. Und hier oben sollen jetzt die Hühnchen rein. Das bedeutet, da stellen wir jetzt erstmal was drauf. Und platzieren dann rumrum einmal Falltüren. So. Dazu habe ich glaube ich auch sogar schon ein Tutorial gemacht. Falls ihr euch das, falls ihr das genauer wissen wollt, wie das hier geht, obwohl es ja eigentlich echt einfach ist. So, dann machen wir den da unten nämlich raus. Und das wird jetzt alles eingesammelt, kommt dann hier rein. Und jetzt müssen wir da halt Hühnchen reinwerfen und hoffen, dass da was kommt. So, kein Hühnchen, kein Hühnchen. Da ist schon wieder einer rausgefallen. Guckt euch das mal an. Das ist der Wahnsinn. Dass die immer Wege finden, ne? So. Irgendwann müsste da mal ein Hühnchen draus schlüpfen. Jawohl. Und dann machen wir die Klappe zu. Und dann irgendwann ist es groß und liegt Eier und die werden dann direkt eingesammelt. Ist eigentlich ziemlich nice. Okay, hier kann man jetzt... Achso, ich habe noch 16. So, noch ein paar Chancen. Theoretisch reicht eins ja auch, da unten halt länger. Aber zwei, jawohl, perfekt. Und jetzt haben wir schon mal zwei Stück. Und dann machen wir hier einfach noch so ein kleines Gehege später hin. Wo dann auch nochmal Hühner drin sind. Ja, aber das werden wir dann später machen. Und hier kommen dann so ein paar Kisten hin und vielleicht ein Unterstand da drüber. So ähnlich wie der hier. Der sieht tatsächlich ziemlich massiv aus eigentlich. Wir können dann nochmal einen kleinen Weg hin machen vielleicht. Der dann jetzt auch wieder mehr so Trampelpfad ist. So, der geht dann hier rein. Hier kommen dann die Pferdchen hin. Oder die Esel. Vielleicht finden wir auch Esel. So. Und dann würde ich sagen, machen wir auch so einen kleinen Weg. Dann nochmal hier hin. Und natürlich auch zu den Hühnern. Und hier können wir dann später vielleicht noch ein Zelt hinbauen. Oder irgendwie so ein... Ich weiß noch nicht so richtig, was wir da hinbauen. So, und ich würde sagen, hier vorne machen wir noch ein bisschen was. So, zack, 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 zack. Und hier vielleicht noch welche. Dann müsste das eigentlich soweit fertig sein. Hier könnte man natürlich auch noch Bäume hinpflanzen tatsächlich. Hier vielleicht einen und dann hier noch einen. Aber ich habe keine Dingsbums mehr. Kein Bonenmiel. Und ich würde sagen, wir schauen nochmal, ob ich hier Bonenmiel finde. Und ich habe auch noch... Und ich habe auch noch Fische, die wir von dem einen Typen getauscht haben. Also von so einem. Von so einem Fischer. Und die könnte man ja sonst auch... Ah, die sind hier. Sehr gut. Und die könnte man ja sonst auch... Ah, hier ist auch das Bonenmiel. Ähm, in den Tee... Äh, in den Tee... In den Tee. Das geht schon viel zu lange, die Aufnahme. Ich bin schon komplett balabala. Ne, können wir noch in den See parken. Sieht, glaube ich, ganz cool aus. Und ich mache jetzt hier nochmal schnell die Bäume. Wenn sie wollen. Jawohl. Das hat einfach perfekt gereicht mit dem Bonenmiel. Das wäre jetzt richtig ärgerlich. Hätte ich da nochmal hinlaufen müssen. Aber so passt das ja. Und wir müssen natürlich auch noch ein paar mehr verschiedene Bäume hier hinpflanzen. Auf jeden Fall. Noch ein paar Laternen können wir bauen. Noch so ein paar kleine Brunnen vielleicht. Und hier schmeiße ich jetzt mal eben schnell die Fische rein. Denn sieht das Ganze auch nochmal ein bisschen cooler aus. Fisch Nummer 1, Fisch Nummer 2. Die können jetzt hier einfach schön rumplanschen. Und sich freuen, dass sie nicht gejagt werden. Wahrscheinlich. Vielleicht von den Villagern. Das wäre auch cool, wenn Villager so richtig jagen würden. Das wäre krass. So, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal von oben an. Und dann würde ich sagen, wir wollten noch so viel machen. Aber es ist einfach so wenig Zeit. Was soll ich tun? Aber das Ganze ist auf jeden Fall schon mal... Also gerade wenn man hier oben steht, sehr viel cooler geworden. Und gerade so mit den Marktplätzen, äh, Marktständen halt. Und ich denke, wenn wir jetzt hier noch ein paar Bäume hinpflanzen, ein paar Laternen und so weiter. Hier vorne einen kleinen Platz machen. Das wird schon cool aussehen. Und dann würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Transformation2 in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, in den nächsten Folgen werden wir hier immer so ein bisschen dran arbeiten, damit es halt cooler wird. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und hofft mit mir zusammen, dass die Aufnahme auch wirklich alles aufgenommen hat. Und ich jetzt hier nicht irgendwie umsonst vier Stunden gespielt habe. Naja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Tschüss.